Hallo Leute! Willkommen bei Learn German Easily. Abonnieren Sie unseren Kanal und aktivieren die Glocke, damit Sie kein Video verpassen. Hallo Tante Lina! Hallo Sarah! Wie geht es dir? Wie soll es mir gehen Sarah? Mit einem 17-jährigen Sohn, der null Bock auf Lernen hat. Und in zwei Monaten wird er mit einem schlechten Schulabschluss zu Hause sitzen. Oh je! Das klingt nicht gut. Ja, es ist nicht leicht alleinerziehende Mutter eines 17-Jährigen zu sein. Das kannst du mir glauben. Wie schlecht wird Tobis Abschluss denn? Ziemlich schlecht. Hm. Und was macht er danach? Keine Ahnung. Er kennt sich gut mit Videokameras und Fotoapparaten aus. Er macht sogar selbst kleine Filme und so. Na ja, vielleicht kann er Verkäufer werden? Mit einem schlechten Abschluss ist die Auswahl halt nicht so groß. Mit einem schlechten Abschluss ist die Auswahl halt nicht so groß. Ich sage ihm jeden Tag. Fang endlich an, einen Ausbildungsplatz zu suchen und Bewerbungen zu schreiben. Aber er hört nicht auf mich. Kann ich irgendwas tun? Ja, kannst du. Könntest du ihm helfen, eine Bewerbung zu schreiben? Ja, kannst du. Könntest du ihm helfen, eine Bewerbung zu schreiben? Eine Bewerbung? Ja, du kannst doch so gut schreiben. Und auf dich hört er. Ja, du kannst doch so gut schreiben. Und auf dich hört er. Okay. Das mache ich gerne, Tante Lina. Hallo, Tobi. Wie geht es dir? Hallo, Sarah. Mir geht es gut. Danke. Wie geht es dir? Ja, mir geht es auch gut. Warum suchst du nicht einen Ausbildungsplatz? Hast du denn schon mal irgendwo gearbeitet? Ich habe ein Praktikum bei Media Universe gemacht. Mit Technik kennst du dich gut aus, oder? Das glaube ich ja. Könntest du dir vorstellen, als Verkäufer in einem Fachgeschäft zu arbeiten? Könntest du dir vorstellen, als Verkäufer in einem Fachgeschäft zu arbeiten? Keine Ahnung. Ich habe gesehen, dass der Technomarkt zurzeit Auszubildende sucht. Hättest du Lust, als Verkäufer in so einem Markt zu arbeiten? Ich habe gesehen, dass der Technomarkt zurzeit Auszubildende sucht. Hättest du Lust, als Verkäufer in so einem Markt zu arbeiten? Ich weiß nicht. Wir könnten ja einfach mal eine Bewerbung schreiben. Tippst du das ein? Wir könnten ja einfach mal eine Bewerbung schreiben. Tippst du das ein? Okay. Ich bin bereit. Mit großem Interesse, habe ich auf ihrer Homepage gelesen, dass sie Auszubildende für den Beruf des Fachverkäufers in ihren Filialen suchen. Wie sie aus meinen Unterlagen ersehen können, habe ich ein Praktikum bei der Firma Media Universe gemacht. Ich konnte dabei viele Erfahrungen sammeln. Es macht mir zum Beispiel große Freude, Kunden zu beraten. Stimmt doch, oder? Naja, geht so. Ich kann mir deshalb sehr gut vorstellen, in ihrem Unternehmen zu arbeiten. Das ist sehr gut. Vielen Dank für deine Hilfe, Sarah. Weißt du, Tobi, du kannst nicht erwarten, deinen Traumjob einfach so zu bekommen. Du musst schon selbst etwas dafür tun. Weißt du, Tobi, du kannst nicht erwarten, deinen Traumjob einfach so zu bekommen. Du musst schon selbst etwas dafür tun. Eine Woche später. Super, dass sie dich zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen haben. Ja, finde ich auch. Ich würde sagen, wir spielen das jetzt einfach mal durch, okay? Okay. Ich bin die Personalchefin vom Technomarkt und du kommst zu mir ins Büro. Versuch mal, ganz locker zu bleiben. Ich bin die Personalchefin vom Technomarkt und du kommst zu mir ins Büro. Versuch mal, ganz locker zu bleiben. Ich bin die Personalchefin vom Technomarkt und du kommst zu machen. Haben Sie gut hergefunden? Ja, den Weg hierher habe ich gut gefunden. Vom Bahnhof aus kommt man ja sogar zu Fuß sehr gut zu Ihrem Unternehmen. Also Herr Lackner. Dann erzählen Sie mir doch mal ein bisschen über sich. Was bringt Sie zu uns? Na ja, Frau Seifert. Es ist genau, wie ich Ihnen in meiner Bewerbung geschrieben habe. Es ist wirklich toll, Kunden zu beraten. Ich kann sofort erkennen, was jemand haben will. Und ich merke auch sehr schnell, wie viel Geld er für seinen Wunsch ausgeben möchte. Warum wollen Sie ausgerechnet bei uns arbeiten? Weil Sie sehr hohe Gehälter zahlen, und das ist es, was ich suche. Weil Sie sehr hohe Gehälter zahlen, und das ist es, was ich suche. Nein, Tobi, das kannst du beim Vorstellungsgespräch nicht sagen. Der Interviewpartner testet in erster Linie, ob du dich für das Bewerbungsgespräch vorbereitet haben. Okay, ich verstehe jetzt. Sie sind seit etwa 25 Jahren der Marktführer im Bereich Technik. Ich nutze Ihre Produkte selber schon lange, und bin von Ihrer Arbeit begeistert. Schon während meines Studiums, habe ich mit dem Gedanken gespielt, eines Tages bei Ihnen zu arbeiten. Auch meinen Studienschwerpunkt, habe ich an diese Tätigkeit als Fachverkäufer ausgerichtet. Ich kann mir daher sehr gut vorstellen, bei Ihnen zu arbeiten. Wie gehen Sie mit Stress um? Ich kann recht gut mit Stress umgehen. Ich präsentiere sehr häufig vor Kunden. Das ist für mich auch kein Problem. Im Gegenteil, es macht mir sogar sehr viel Spaß. Nach einem stressigen Arbeitstag gehe ich noch eine Runde joggen. Das hilft mir dabei, den Kopf für den nächsten Tag wieder frei zu haben. Warum lachst du? Weil du echt lustig bist, Tobi. Wieso, habe ich was falsch gemacht? Im Gegenteil. Das wirkt fast wie aus einem Infovideo über das perfekte Vorstellungsgespräch. Weißt du eigentlich, dass du ein ziemlich guter Schauspieler bist? Eine Woche später. Vielen Dank, dass du, Tobi, so geholfen hast, Sarah. Das habe ich doch gern gemacht. Wann geht es denn los mit deiner Ausbildung? Anfang September. Dann wirst du jetzt also tatsächlich Fachverkäufer im Techno-Markt? Nein, werde ich nicht. Was, Tobi, wie meinst du das? Sarah hat mir nicht nur einmal geholfen, sondern zweimal. Zweimal? Erstens hast du gesagt, dass ich meinen Traumjob nur bekomme, wenn ich selbst was dafür mache. Erstens hast du gesagt, dass ich meinen Traumjob nur bekomme, wenn ich selbst was dafür mache. Ja, das stimmt auch. Und zweitens hast du bestätigt, was meine Freunde auch immer sagen. Und zweitens hast du bestätigt, was meine Freunde auch immer sagen. Was denn? Dass ich Talent fürs Schauspielen habe. Schauspielen? Deshalb habe ich mich nicht nur beim Techno-Markt beworben, sondern gleichzeitig auch bei der Hans-Meister-Schauspielschule. Deshalb habe ich mich nicht nur beim Techno-Markt beworben, sondern gleichzeitig auch bei der Hans-Meister-Schauspielschule. Was? Da haben sich 800 Leute für sieben Plätze beworben. Und? Ich habe einen bekommen. Schauspieler? Gratuliere, Tobi. Ich freue mich so für dich. Ich werde verrückt. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, klicken Sie auf Gefällt mir. Und vergessen Sie nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke für weitere Unterrichtsstunden zu aktivieren. Ich freue mich so für mich. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich so für dich. Bis zum nächsten Mal.